Herzlich willkommen. Heute darf ich Ihnen den Minimax von Sanit Chemie vorstellen. Die kleine Flasche passt in jede Hosentasche des Handwerkers und ist damit immer griffbereit, um Schmutz oder Flecken auf der Baustelle zu entfernen. Der umweltfreundliche Profi-Reiniger löst unter anderem Etiketten, Silikon, Plakatstift oder Nagellack. Die Anwendung ist ganz einfach. Geben Sie den Reiniger einfach konzentriert auf die zu behandelnde Stelle. Für die Unterhaltsreinigung kann der Sanit Minimax verdünnt werden. Ein Prozent Lösung mit Wasser reinigt alle wasserfesten Oberflächen. Bei Kunststoff und lackierten Oberflächen, Gummi oder Textilien bitte die Materialverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen. Der Minimax ist im Sanitärfachhandel erhältlich und wegen seiner zahlreichen Einsatzmöglichkeiten nicht nur für die Baustelle, sondern auch für den Haushalt und als Textilreiniger geeignet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017